Wenn uns mal eine richtige Katastrophe trifft, wie schnell fragen wir dann, warum hat Allah das zugelassen? Aber fragen wir das auch, wenn wir mal so einen richtigen Erfolg erlebt haben, fragen wir dann auch, warum hat Allah das nicht schief gehen lassen? Warum hat Allah das nicht verhindert? Noch schwieriger wird es übel, wenn man immer gewohnt ist, dass alles glatt läuft. Wenn das ganze Leben lang nie ein ernsthaftes Problem aufgetreten ist, und dann einmal, auf einmal ist das nicht mehr so, dann gibt man die Hoffnung auf. Aber die Wahrheit ist, dass das Problem ist. Hat jeder von uns die gleichen Chancen bekommen und die gleichen Schwierigkeiten? Die gleichen Gelegenheiten und die gleichen Herausforderungen? Nicht im Mindesten. Man möchte fragen, warum? Allah ist doch nicht ungerecht. Allah sagt am Ende von Surat al-Isra, Und wenn wir dem Menschen eine Gnade erweisen, wendet er sich ab und geht beiseite. Er wendet sich ab und geht beiseite. Es bedeutet so viel, wenn Allah dem Menschen eine Gnade erweist, dann ist es für ihn selbstverständlich. Es ist nicht so, dass er mal kurz vor einem Moment stutzt und denkt so, oh wow, das ist mir jetzt gerade passiert, Alhamdulillah. Das ist normal. Das Leben läuft halt irgendwie glatt. Er wendet sich ab. Er schenkt ihm keine große Beachtung. Egal, was von Allah kommt. Wenn ihn aber ein Übel trifft, dann gibt er sich der Verzweiflung hin. Wenn ihm dann eine Katastrophe passiert, dann fragt er plötzlich, warum hat Allah mir das angetan? Nicht, wenn was Gutes passiert. Und wir können das bei uns selber beobachten. Wenn uns mal eine richtige Katastrophe trifft, wie schnell fragen wir dann, warum hat Allah das zugelassen? Aber fragen wir das auch, wenn wir mal so einen richtigen Erfolg erlebt haben? Wenn alles glatt lief, fragen wir dann auch, warum hat Allah das nicht schief gehen lassen? Warum hat Allah das nicht verhindert? Nein, dann fragen wir das nie, weil das selbstverständlich ist, dass Allah uns eine Gnade erweist. Was gibt es da großartig zu zu sagen? Haben wir da nicht einen Anspruch drauf? Ist doch so, oder? Aber wenn ein Übel kommt, dann fragen wir erst, erst in dem Moment fragen wir, warum hat Allah das getan? Und es ist schön, wie das hier in dem Vers formuliert ist, nämlich genau umgekehrt. Als wenn Allah die Psyche des Menschen kennt, wo Allah hier über die Gnade spricht, da sagt er, wenn wir einem Menschen eine Gnade erweisen, wir sind diejenigen, die ihm eine Gnade erweisen. Allah tut das. Aber bei dem Übel sagt Allah nicht, wenn wir den Menschen ein Übel kosten lassen. Wenn ihn das Übel trifft, als wäre das Übel so etwas Freilaufendes. Das gibt es so hier auf der Welt und da schnappt sich ab und zu einmal einen Menschen. So ist es natürlich nicht. Alles kommt von Allah. Die Gnade und auch die Schwierigkeit, sie kommt immer von Allah. In beiden Fällen. Aber der Mensch ist irgendwie so, dass er nur bei einer Katastrophe fragt, warum hat Allah mir das angetan? Und Allah dreht es hier genau um. Als wenn er sagen wollte, denkst du nicht daran, dass die Gnade, jede einzelne, die du bis jetzt in deinem Leben genießen konntest, dass die auch von mir kommt? Wie kommt es, dass du immer erst bei der Katastrophe daran denkst, das kommt von mir? Wenn wir dem Menschen eine Gnade erweisen, dann ist es selbstverständlich. Er wendet sich ab und geht beiseite. Wenn ihn aber ein Übel trifft, dann gibt er sich der Verzweiflung hin. Der Verständige weiß, dass alles eine Prüfung ist. Die Gnade ist eine und auch das Übel, die Schwierigkeit. Und noch schwieriger wird es übel, wenn man immer gewohnt ist, dass alles glatt läuft. Wenn das ganze Leben lang nie ein ernsthaftes Problem aufgetreten ist, wenn man den Erfolg gewohnt ist, erfolgsverwöhnt, und dann einmal, auf einmal ist das nicht mehr so, dann gibt man die Hoffnung auf. Dann schlägt die Verzweiflung mit voller Härte zu. Aber die Wahrheit ist, das Problem ist, weil wir die Gnade und den Erfolg selbstverständlich sehen. Allah schuldet uns das. Allah schuldet uns das. Aber so ist es nicht. Natürlich nicht. Allah hat für jeden seine Rizq, seine Versorgung festgeschrieben. Nichts kommt einfach so und schlägt zu oder auch nicht. Allah hat es für jeden vorgeschrieben. Und in dem, was Allah für den Menschen vorgeschrieben hat, sind sowohl Gnaden, Chancen, Gelegenheiten, Türen und man muss durch sie hindurchgehen. Ohne Anstrengung, das gibt es nur im Paradies. Hier bekommt man von Allah Chancen und Gelegenheiten. Und es kann sein, dass eine Chance an deine Tür geklopft hat und du hast sie nicht wahrgenommen oder du hast gezögert, wolltest nicht durch die Tür hindurchgehen und dadurch hast du sie verpasst und dadurch gerätst du erst in Verzweiflung. Und genauso ist unter dem, was er vorgeschrieben hat, auch Rückschläge, Schwierigkeiten, Herausforderungen, harte Zeiten. Das ist für jeden Menschen. Aber ist das für jeden Menschen gleich? Hat jeder von uns die gleichen Chancen bekommen und die gleichen Schwierigkeiten? Die gleichen Gelegenheiten und die gleichen Herausforderungen? Nicht im Mindesten. Man möchte fragen, warum? Allah ist doch nicht ungerecht. Aber die Chancen und die Herausforderungen, die Schwierigkeiten und die Gelegenheiten, sie sind so verschieden wie die Menschen. Und warum ist das so? Warum gibt Allah nicht allen die gleichen Gelegenheiten, die gleichen Herausforderungen, die gleichen Türen in dieser Welt? Und das beantwortet Allah im nächsten Vers. Sprich, ein jeder soll gemäß seiner eigenen Art handeln. Jeder soll gemäß seiner eigenen Art handeln. Seine eigene Art ist im Arabischen Schäkiler. Und Schäkiler kommt von Schäkiler. Schäkiler ist eigentlich die äußere Form. Schäkiler jetzt, was davon abgeleitet ist, bedeutet in Bezug auf den Menschen nicht nur seine Form, sondern seinen Typ, seine Persönlichkeit, seine Veranlagung. Allah hat jedem Menschen eine bestimmte Schäkiler gegeben, eine bestimmte Veranlagung. Und wir sehen schon bei grober Beobachtung, dass die so verschieden sind wie die Menschen. Es gibt welche, denen liegen die Wissenschaften. Die mögen das, zu erforschen, zu experimentieren. Es gibt andere, die lieben die Literatur. Die mögen einfach literarische Werke, Poesie. Andere liegen die Kunst, Malerei. Und es gibt oftmals welche, die mögen die Literatur und mögen überhaupt nicht die Wissenschaften. Und genauso umgekehrt. Es gibt welche, die lieben den Sport über alles. Es gibt welche, die können mit Sport nichts anfangen. Das sind Bücherwürmer. Am liebsten würden die den ganzen Tag zu Hause sitzen und Bücher lesen. Es gibt Leute, die haben so eine schräge Veranlagung für Humor. Es gibt auch Leute, die sind todernst. Die mögen es gar nicht zu lachen. Die kommen auch dann nicht miteinander klar. Die Ernsten versuchen dann vielleicht sogar ihr Lachen zu unterdrücken, weil sie es nicht mögen. Es gibt Menschen, die sind sehr risikofreudig und es gibt welche, die sind immer auf Sicherheit bedacht. Diese Veranlagungen sind so verschieden wie die Menschen. Erkenne deine eigene Schalkiller. Finde heraus, was dir liegt und dann investiere deine Energie dahin. Deswegen sind die Chancen und die Herausforderungen im Leben eben nicht gleich. Weil diese Veranlagungen verschieden sind. Jeder hat seine eigene Schalkiller und jeder bekommt eine Chance und eine Herausforderung, eine Schwierigkeit, die zu seiner Schalkiller passt und sie passt zu ihm und nur zu ihm. Und sein Lebensweg, der passt zu ihm, zu seiner Schalkiller und nicht zu einer anderen. Erkenne du deine eigene Schalkiller. Finde heraus, was dir liegt. Wenn man hier aufwächst, dann beobachtet man in der Schule, dass es eigentlich genau umgekehrt funktioniert. da investiert man die Energie in die Dinge, die einem nicht liegen. Wenn man feststellt bei jemandem, dass ihm Mathe überhaupt nicht liegt, er mag das nicht, er kommt damit auch nicht klar, dann sagt man ihm nicht, okay, schleif Mathe irgendwie mit, aber kümmere dich um deine Stärken. Nein. Dann sagt man ihm, nimm Nachhilfe in Mathe, damit er mit viel Energie und Kraft und Zeitaufwand von einer 5 auf eine 4 kommt. Und einen Tag später hat er sowieso wieder alles vergessen, weil es ihn gar nicht interessiert. Das Problem ist auch heutzutage, dass die gesellschaftliche Erwartung dazukommt und sie macht das Ganze noch einmal komplizierter. Die Gesellschaft erwartet immer bestimmte Noten auf dem Zeugnis. Da musst du dann was für tun, weil die Gesellschaft es erwartet. Die Gesellschaft erwartet vielleicht, dass du Arzt oder Ingenieur wirst, auch wenn du das überhaupt nicht willst, aber du musst. Die Gesellschaft sagt das nun einmal. Ich kenne das in dieser Kombination tatsächlich auch nur aus arabischen Ländern. Da muss jeder irgendwie Arzt oder Ingenieur werden. Aber was, wenn das überhaupt nicht in der Schalkhila liegt? Ja, das sind tolle Berufe, mit denen du auch deine Familie versorgen kannst, aber was, wenn dir das nicht liegt? Wenn du überhaupt kein Interesse daran hast? Und jetzt kombiniert man mal diese beiden Verse. Im Vers davor war wovon die Rede? Wenn ihn das übel trifft, dann ist er verzweifelt. Vielleicht würde man von dem einen oder anderen Fehlschlag bewahrt, wenn man seine Energie in seine Schalkhila investiert. in das, was einem liegt. Sprich, ein jeder von euch soll gemäß seiner Schalkhila handeln. Ich bin als Kind immer einen bestimmten Weg zur Schule gefahren mit dem Fahrrad. Und da kam ich dann an den Ärztehäusern vorbei. Also nicht Ärztehäuser, wo viele Ärzte in einem Haus sind und wo die ihre Praxen haben, sondern wo die privat gewohnt haben. und deren Haus sah etwas anders aus als unser Haus. Das hatte schon eher so Villa-Charakter. Und als ich das gesehen habe, da habe ich tatsächlich lange Zeit gesagt, wow, wow, in so einem Haus wohnen, das wäre schön. Du musst auch sehen, dass du Arzt wirst. Oh Mann, gut, dass ich das nicht gemacht habe. Es wäre die absolute Katastrophe geworden. Gut, dass ich keine Energie da rein investiert habe. Kein bisschen. Ich kann nicht mal im Fernsehen in einer Operation sehen, wenn der Brustkopf auf ist und das Herz irgendwie schlägt. Unmöglich. Im Krankenhaus mit meinen Kindern, wenn denen eine Spritze gesetzt wird, muss ich rausgehen. Ich kippe tatsächlich um. Ich kann nicht daneben stehen. Ich wollte mal einmal den Helden spielen. Du kannst ja nicht immer noch machen. Muss mal einmal tapfer sein. Ich als fast 40-Jähriger damals noch. Muss mal tapfer sein. Mein Sohn liegt da. Der Arzt kommt rein mit einer Spritze. Die Spritze steckt er noch nicht in seinem Arm. Ich habe das nur gesehen, ich habe geahnt, was jetzt konnte. Ich bin raus. Ich bin nicht so einer. Und jetzt stellen wir uns mal einmal vor, ich wäre Arzt geworden. Was wäre da für ein Arzt herausgekommen? Jeder soll nach seiner Schäkler arbeiten. Da Geld investieren, Zeit investieren, Energie investieren. Und das gilt ihnen nur für Beruf ganz allgemein in deinem Leben. Wir sind manchmal unter uns sehr pauschal. Auch wenn es um Religion geht. Wir sagen zum Beispiel jedem, was ja auch grundsätzlich nicht falsch ist, das Streben nach Wissen ist Pflicht für jeden Muslim. Ohne Zweifel richtig. Das ist eine Aussage so in einem Hadith. Das Streben nach Wissen ist Pflicht für jeden Muslim. Was jetzt nur einige darunter verstehen, ist, dass sie Gelehrter werden müssen. Oder zumindest auf halben Wege. Aber es gibt Leute, denen das überhaupt nicht liegt. Koran auswendig lernen, Hadith auswendig lernen, Islamwissenschaften studieren. Das war auch zur Zeit der Gefährten des Propheten. Das ist für mich anders. Nicht alle von ihnen waren Gelehrter. Jeder hatte seine eigene Schäkler. Jeder soll nach seiner Schäkler arbeiten. Und dann sagt Allah weiter. Und euer Herr weiß am besten, wer den rechten Weg geht. Allah hat für jeden Menschen einen Weg vorgesehen. Und er kennt ihn am besten. Rabb ist im Arabisch auch nicht nur Herr. Rabb ist jemand, der sich um dich kümmert, der sich um dich sorgt, der dich aufzieht. Allah kennt jeden Menschen am besten. Und er kennt die Schäkler von jedem Menschen. und entsprechend dieser Schäkler hat er einen Weg vorgesehen. Es ist deswegen schwer, heute so allgemeine Ratschläge zu geben. Wenn eine Schwester in einer Facebook-Gruppe fragt, was soll sie machen beruflich, dann hört sie oft als erstes, mach was mit Kindern. Das passt überhaupt nicht zu jeder. Sie muss etwas finden, was ihr liegt. Das kann sein, dass es was mit Kindern ist. Es kann auch mal sein, dass dem überhaupt nicht so ist. Es gibt einige, die sind todunglücklich damit. Das hängt von der Schäkler eines Menschen ab. Und darin liegt auch schon eine Gnade, eine Nerme von Allah. Dass er den Menschen mit verschiedenen Anlagungen erschaffen hat. Das hält diese Gesellschaft zusammen. Deswegen haben wir hier in den unterschiedlichen Positionen der Gesellschaft, will ich mal sagen, Menschen, die diese ausfüllen. Wir haben deswegen Schreiner, Ärzte, Ingenieure, Dachdecker, Busfahrer, Straßenkehrer, alles. Du brauchst am Ende auch alles. Das ist das, wovon eine Gesellschaft lebt. Und nicht nur innerhalb einer Gesellschaft, weltweit. Allah verwendet für Nationen ein Wort im Koran, das ist Schu'ub. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُبٍ وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُ Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf das ihr aneinander kennenlernt. Schu'ub. Und Schu'ub kommt von Schu'ub. Schu'ub ist so ein Riss in der Mauer. Eine Mauer, die so schön glatt ist und verputzt und die hat dann so in der Mitte einen Riss. Das ist Schu'ub. Und die Araber haben Völker so mit diesem Wort Schu'ub bezeichnet, weil sie gesagt haben, jedes Volk hat so wie so einen Riss in der Mauer. Man würde überspitzt formulieren im Deutschen einen Sprung in der Schüssel. Sie meinten das so, jedes Volk hat seine Schrägheiten. Bestimmte Dinge, die komisch sind. Aber die Völker selber können das gar nicht mehr erkennen. Aber wenn jetzt verschiedene Völker zusammenkommen, dann erkennt man untereinander, oh guck mal, das machen die aber besser als wir. Man erkennt seine eigenen Schrägheiten. Daher kommt der Schu'ub. Allah hat die Menschen so verschieden erschaffen. Aber warum ist das so? Warum sind Menschen so verschieden? Klar, Allah hat sie am Ende so erschaffen. Aber woran liegt das genau? Heute würde man so spontan und oberflächlich sagen, ja, das liegt halt in den Genen. Die Menschen haben halt verschiedene Gene und die bestimmen ja am Ende auch unsere Äußeres. Also warum nicht auch unsere Talente und unsere Veranlagungen, das was wir mögen oder was wir nicht mögen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn betrachtet man einmal Zwillinge, eineiige Zwillinge, die genetisch völlig identisch sind, dann können die auch unterschiedliche Veranlagungen haben. Es kann sein, dass der eine einen bestimmten Beruf mag und der andere überhaupt nicht. Die können völlig verschieden sein. Das ist also nicht die alleinige Antwort. Es kann nicht nur an den Genen liegen. Aber was gibt es noch darüber hinaus, was einen Menschen ausmacht? Was gibt es noch? Und die Antwort finden wir im nächsten Vers. Und sie befragen dich nach der Seele. Sprich, die Seele ist vom Befehl deines Herrn. Das ist die Antwort. Warum sind die Menschen so verschieden? Sie tragen etwas in sich, was über die Genetik hinausgeht. eine Seele. Und die Seele ist vom Befehl deines Herrn. Das ist etwas schwer verständlich ausgedrückt. Was bedeutet das? Die Seele ist vom Befehl deines Herrn. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Welten. Es gibt einmal hier die normale Schöpfung, würde ich mal sagen. Und da entwickelt sich alles in bestimmten Stufen. Nichts passiert einfach so. Es gibt immer Ursache und Wirkung. Und wir können auch die Ursache untersuchen und wir wissen, was dann dabei herauskommt. Und alles braucht seine Zeit. Ein Baby wächst zum Beispiel im Mutterleib heran innerhalb von neun Monaten. Ein Samenkorn braucht, bis es eine Eiche wird, vielleicht 100 Jahre. Das braucht alles seine Zeit. Es passiert in verschiedenen Schritten. Ursache und Wirkung, Ursache und Wirkung über einen langen oder kurzen Zeitraum. Das ist diese Welt hier. Aber es gibt noch eine Welt, die ist anders. Und das ist die Welt des Befehls. In der Welt des Befehls gibt es nur die Aussage von Allah. Kun, sei und es ist. Das sind beispielsweise die Engel. Die Engel müssen sich nicht kennenlernen und heiraten und Familien gründen und dann sich auf diese Art und Weise fortpflanzen. Sie entstehen sogar nicht. Die Engel entstehen durch einen Befehl von Allah. Er sagt einfach nur, sei und dann ist ein Engel da. Das ist die Welt des Befehls. Das ist aber nicht diese hier. Die Seele allerdings, die wir in uns tragen, sie gehört zu dieser Welt des Befehls. Was auch bedeutet, wir können die Seele nicht auf diese Art und Weise erforschen, wie wir es mit dieser Welt können. Diese Welt können wir einfach untersuchen. Ursache und Wirkung, wissenschaftliche Forschung. Das geht hier, das funktioniert. Aber die Seele ist nicht so. Und Allah sagt weiter in diesem Vers, Und euch ist von dem Wissen nur wenig gegeben. Nichts außer ein bisschen. So drückt es sogar aus. Nur ein ganz kleines bisschen. وَمَا أُعْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ Die Seele kann man so nicht erforschen. Was man tun kann, ist ausprobieren. Jeder soll nach seiner Schäkele handeln. Nicht faul rumsitzen. Handeln, etwas tun. Finde heraus, was dir liegt, was deiner Schäkele, deiner Persönlichkeit entspricht. Und hab keine Angst. Dein Herr hat für jeden einen Weg mit Chancen und Herausforderungen vorgeschrieben. Und lass dich nicht durch die Leute entmutigen. Ja, sie mögen das vielleicht komisch anschauen, das, was du da gerade machst. Aber mir fällt ein Beispiel ein, was einsteinend zugeschrieben wird. Ich weiß nicht, ob korrekterweise, aber es trifft vielleicht den Kern der Sache. Wenn wir Tiere danach beurteilen würden, wie gut sie einem Baum hochklettern, dann wird dabei immer herauskommen, dass der Affe unendlich mal viel besser ist als ein Fisch. Ja, natürlich. Weil ich jeden an dieser einen Herausforderung messe. Aber jeder hat seine eigene Schäkele. Deswegen lass die Leute und lass dich nicht von ihnen ermutigen. Allah hat dir eine Schäkele, eine bestimmte Persönlichkeit gegeben. Finde heraus, was entspricht deiner Persönlichkeit. Und dann handel du danach. Dieses Video wurde möglich, weil es Geschwister gibt, die uns unterstützen. Und das kannst du auch. Like dieses Video, kommentiere es und teile es mit deinen Freunden. Und ganz wichtig, abonniere unseren Kanal. Vergiss dabei nicht die Glocke. Und für noch mehr Content werde Unterstützer der DIN Academy. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.